Ob sich hier drin der beste Jordan 4 des Jahres befindet, das schauen wir uns jetzt mal an. Und damit, jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute auf jeden Fall einen Jordan 4er an, der tatsächlich auch erst, wenn ihr das Video seht, gestern kam. Glücklicherweise hatte ich nämlich Early Access auf diesem Schuh und hab ihn deshalb auf jeden Fall schon hier. Das heißt, wir gucken da jetzt auf jeden Fall direkt mal rein. Yes Sir, da hätten wir das Ding. Und wie man sehen kann, haben wir auch bei diesem Schuh eine Special Box, kann man schon fast sagen. Und das ist eine Box, die Nike auf jeden Fall jetzt schon seit einigen Releases benutzt. Hier haben wir eben auch charakteristisch eben diese ganzen Sprenkel mit drauf. Und dann haben wir eben auch noch diesen Flight-Schriftzug zuzüglich mit diesem Jumpman. Ansonsten noch das Size-Tag, ich hab jetzt hier eine US 9,5. Und die genaue Bezeichnung heißt hier Photon Dust Pale Vanilla. Genannt wird das Ding aber auch einfach Jordan 4 Crab. Und ganz wichtig, es ist kein normaler Jordan 4, es ist ein Jordan 4 SE. Das SE in dem Fall steht für Special Edition, was sich eben auch auf die Materialien nochmal zurückführen lässt. Dazu aber später. Genug rumgelabert, ich würde sagen, wir schauen uns das Ding jetzt mal an. So und dafür öffnen wir einmal die Box und hätten hier direkt auch nochmal diesen Vanilla-Farbton und auch das gesprengelte Papier. Und dann hätten wir hier einmal den Schuh. Und das ist dann der Jordan 4 Craft. Ein sehr besonderer Jordan 4 aufgrund der ganzen Materialien, aufgrund des Colorways und aufgrund dieses Craft-Aspektes. Weil diese ganze Craft-Serie ja auf jeden Fall schon seit letztem Jahr, glaube ich, existiert. Also da gab es jetzt schon einige Modelle und es sollen eben auch noch dieses Jahr einige neue Modelle rauskommen. Wie zum Beispiel ein Jordan 5. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Reihe. Und hier haben wir eben dieses ganze Craft-Thema das erste Mal auf einem Jordan 4. Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall, dass das Ganze sehr, sehr wertig ist. Die Bezeichnung SE, habe ich ja eben schon mal erklärt, steht für Special Edition. Und das Ganze merkt man hier. Also so auf den ersten Blick sind die Materialien wirklich sehr hochwertig. Die Verarbeitung ist krass. Man merkt halt direkt, dass das Ganze nochmal ein bisschen mehr Premium ist. Und wie gesagt, wir haben hier ein, zwei Details, die diesen Schuh auf jeden Fall einzigartig machen. Fangen wir mal an mit dem Colorway an sich. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen hauptsächlich grauen Jordan 4er. Wir haben hier auf jeden Fall mehrere Grautöne. Das Leder und das Wildleder sind auf jeden Fall auch nochmal unterschiedliche Grautöne. Die Sohle ist nochmal dunkler. Und was für mich den Schuh noch besonders macht, sind eben diese ganzen Beigen bzw. Pale Vanilla-Akzente. Die wir zum einen eben hier bei den Lace-Logs haben, aber auch in der Zunge, auf der Zunge und auch auf der Heel und auf dem Jumpman. Was ich auch sehr besonders finde, was man jetzt auch nicht so oft bei einem Jordan 4er sieht, ist diese Off-White-farbene Mid-Soul. Die lässt den ganzen Schuh eben nochmal so ein bisschen mehr Vintage aussehen. Und passt, finde ich, auch sehr gut zu diesen Vanilla-Lace-Logs. Ansonsten habe ich hier nur diese grauen Laces dabei. Ich kann mir aber vorstellen, dass auch hier so cremefarbene Laces nochmal krasser aussehen könnten. Also allgemein muss ich sagen, dass mir hier vor allem das Farbspektrum sehr gut gefällt. Wenn wir uns mal die Materialien anschauen, dann geht hier auf jeden Fall auch einiges ab. Zum einen haben wir hier rund um die Toebox ein ziemlich weiches, aber auch zugleich haariges Wildleder. Auf der Toebox und auf der Heel haben wir ein graues Leder, was sich aber auch nochmal ein bisschen hochwertiger anfühlt, als das, was man von den meisten Jordan 4ern kennt. Es ist tatsächlich auch ein bisschen fester und fühlt sich allgemein ein bisschen robuster an. Was auch besonders ist, wir haben hier auf der Innenseite von beiden Schuhen, hier an der Heel, mal wieder Cracked Leather. Cracked Leather ist auch ein Material, was Jordan Brand letztes Jahr schon sehr oft genutzt hat, wie zum Beispiel beim Jordan 1er Bleach Coral oder aber auch beim Jordan 1er Lost & Found. Passt halt, wie ich finde, sehr gut zu diesem Craft-Aspekt. Die Zunge besteht auf jeden Fall aus dem gleichen Wildleder und dann somit das Besonderste ist bei dem Schuh eigentlich, dass wir hier keinen normalen Cage haben. Nur mal als Vergleich, normalerweise haben wir hier so ein Gumminetz. Hier besteht das Cage auf jeden Fall auch aus Wildleder und ist halt wirklich so reingestanzt, kann man sagen. Ob man das jetzt feiert, muss man selber wissen. Ich finde es auf jeden Fall ganz cool, weil hier wurde eben auch nochmal dieser Craft-Aspekt aufgegriffen. Hier wurden sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Die Lace-Logs an sich sind wie gesagt aus diesem Pale-Vanilla-Ton, die von der Farbe her so ein bisschen milchig angehaucht sind, genauso wie die Heel. Nochmal Cracked Leather haben wir auch hier auf den Wings. Ein sehr wichtiges Detail, was man auf jeden Fall nicht vergessen sollte, ist dieser Wildleder-Part. Wie so eine Art Flicken, der hier auf der Seite mit eingebaut wurde, der sich aber auch wirklich nur hier auf der jeweils äußeren Seite des Schuhes befindet. Und dann noch zwei Details, die eben auch nur dieser Jordan 4 hat, sind diese Nähte. Einmal hier auf einer mittleren Höhe und einmal hier vorne bei der Toebox. Und auch die sollen eben nochmal dieses Thema Craft verstärken. Auf jeden Fall kann man sagen, dass man hier Details hat, die man nicht bei jedem Jordan 4er macht, die eben diesen Jordan 4er für mich auf jeden Fall einzigartiger machen. Nur muss man auch dazu sagen, dass eben dieser Retro-Aspekt dadurch natürlich ein bisschen wegfällt, weil ein ganz normaler Jordan 4er, zum Beispiel so ein Fire Red, der sogar ein OG ist, diese ganzen Details nicht hat. Wenn man aber natürlich genau das feiert, dann ist das auf jeden Fall ein Kompromiss, mit diesem Schuh zu gehen. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt, von der Qualität, von der Verarbeitung merkt man auf jeden Fall hier nochmal, dass das Ganze nochmal so ein Level Up ist. Warum genau, kann ich gar nicht sagen, aber so an sich die Materialien fühlen sich halt nochmal hochwertiger an. Das Leder ist wie gesagt ein bisschen fester, ein bisschen härter und von der Struktur auch nochmal anders als jeder Jordan 4er, den ich jetzt so in Hand hatte. In der Vergangenheit gab es ja immer viele Jordan 4er, wo es dann krasse Klebereste gab, wo es Eindrücke auf der Toebox gab, wo die Sohle übermalt wurde. Und das hat man hier auf jeden Fall, zumindest bei meinem Paar, nicht. Wenn ihr den Schuh auch habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, ob ihr das ähnlich seht. Klar, der Schuh kostet Retail zwar mittlerweile auch 210 Euro, aber hier würde ich sagen, ist das Ganze schon wieder eher gerechtfertigt. Also da habe ich schon wirklich deutlich schlimmere Sachen gesehen. Vielleicht habe ich auch einfach nur ein gutes Paar erwischt, aber hier muss ich wirklich sagen, habe ich nichts dran auszusetzen. All in all kann ich auf jeden Fall sagen, dass mir der Schuh in Hand nochmal deutlich besser gefällt als auf Fotos. Weil ich muss wirklich sagen, auf Fotos war das eher so ein, ja ich muss ihn nicht unbedingt haben, ist aber ganz cool. Meine Meinung hat sich jetzt nicht wirklich krass geändert. Es ist immer noch kein Jordan 4er, wo ich jetzt sage, ey es ist wirklich ein Must-Have für mich. Aber wenn ich mir den wie gesagt so in Hand oder auch am Fuß angucke, dann muss ich wirklich sagen, bin ich froh, dass ich ihn jetzt hier habe. Ich habe das Ganze vorhin auch schon mal anprobiert und auch am Fuß gefällt er mir sehr gut. Deshalb werde ich euch auf jeden Fall jetzt mal wieder On-Feed-Fotos einblenden. Ich habe den Schuh auf jeden Fall auch schon auf mehrere Hosen anprobiert und wie ihr alle wisst, man kann Jordan 4er auf eigentlich fast alles tragen. Mir hat er mal wieder besonders gut auf eine helle Jeans gefallen. Das liegt aber auch eher daran, dass helle Jeans somit meine Favorite Hosen sind. Ich finde gerade bei so einer hellen Hose verschmilzt das Ganze nochmal so ein bisschen mehr. Wenn man aber sagt, ey ich finde den Schuh an sich so krass und möchte den eher so mehr zur Geltung bringen, dann ist eine schwarze Hose natürlich auch sehr krass. Man kann den Schuh auf jeden Fall sowohl auf sehr viele Hosen, aber auch auf sehr viele Outfits tragen. Einfach weil wir hier halt hauptsächlich einen grau-schwarz-weißen Schuh haben und mit den Farben macht man eigentlich nie was falsch. Plus wir haben nochmal diese Vanilla-Creme-farbenen Akzente, die man eigentlich auch zu fast allem tragen kann. Vom Sizing her kann ich nur sagen, dass ja auf jeden Fall wie jeder andere Jordan 4er ausfällt. Also True to Size, hier könnt ihr eure ganz normale Größe nehmen. Kommen wir dann wie immer auch zum Thema Wertsteigerung, Thema Resale. Was würde ich mit dem Schuh machen, wenn ich ihn eigentlich nur verkaufen möchte? Und da würde ich sagen, wenn ihr den Schuh habt, stockt ihn auf jeden Fall. Durch die ganzen Aspekte, die ich schon genannt habe, vor allem was die Einzigartigkeit des Designs angeht, was die Qualität und was die Materialien angeht, ist das definitiv ein Jordan 4er, der in nächster Zeit und sogar in relativ kurzer Zeit wahrscheinlich steigen wird. Jetzt nicht um 100 Euro, nicht um 200 Euro, aber um 50 bis 100 Euro wird das Ding definitiv in den nächsten 3 bis 6 Monaten steigen. Und sehr viele Leute haben mir im Nachhinein geschrieben, dass sie diesen Schuh wirklich unfassbar gerne hätten, was ich jetzt auch verstehen kann. Resale-technisch liegt er gerade so bei 2,70 bis 3,20. Wenn man Glück hat, wird man die nächsten zwei Wochen auf jeden Fall noch so Paare für 2,60 vielleicht kaufen können. Schlagt er auf jeden Fall zu. Aber wie gesagt, ich glaube, dass man hier auf jeden Fall relativ schnell einen Anstieg sehen wird. Ein ausschlaggebender Punkt dafür ist zum Beispiel auch der Jordan 4 Cool Grey. Und wenn ihr euch jetzt den Schuh mal anschaut, dann sieht man, dass die beiden sich auf jeden Fall sehr ähnlich sehen. Und der Cool Grey ist mittlerweile Deadstock auch bei wahrscheinlich so 5 bis 600 Euro. Und da der Schuh eben sehr ähnlich aussieht, ist das auch nochmal ein Punkt bzw. ein Argument, warum ich sage, dass der am Preis steigen wird. Auf jeden Fall krass, dass Jordan Brand uns gerade jetzt schon am Anfang so ein Brett liefert. Da kann man sich auf das Jahr wirklich nur freuen. Und ich bin gespannt, wie viele 4er Jordans dieses Jahr wirklich noch rauskommen. Ich hoffe, es werden nicht zu viele. Ich hoffe, die Colorways bleiben auf jeden Fall trotzdem stark. Und ich bin vor allem gespannt, was Nike aus dieser Craft-Serie noch macht. Schreibt auf jeden Fall wie immer eure Meinung zum Schuh gerne in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keines solcher Videos mehr zu verpassen. Ansonsten, Freunde, haut rein, bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.